Hallo, ich bin der Mario. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und mache eine Lehre als bau-technischer Assistent. Heute zeige ich dir eine Tätigkeit, die in meinem Aufgabenbereich teilt. Ich zeige dir heute, wie man einen Punkt in die Wirklichkeit bringt. Was brauche ich dazu? Ich brauche einmal mein Zeichenprogramm und einmal meinen Controller, was ich da habe. Das werde ich jetzt schnell einmal machen. Dazu gebe ich einen Befehl ein. Danach wähle ich den Punkt aus, den ich abstecken will. Den tue ich dann wieder rum abspeichern. Den Punkt dann in den Controller spart er ein Spiel und mit dem Controller kehre ich auf die Baustelle und den Punkt abstecke. Jetzt gehen wir auf die Baustelle. Servus, jetzt sind wir auf die Baustelle angekommen. Jetzt haben wir uns stationieren. Let's go! jetzt haben wir den Punkt vom Plan in die Wirklichkeit gesetzt. Jetzt habe ich dir einen kleinen Einblick gegeben von meiner Lehre als bautechnischer Assistent. Jetzt habe ich dir einen kleinen Einblick Assistent bei Isch im Büro und auf der Baustelle. Und das ist echt mega lässig.